Herzlich willkommen zurück. Wir blickten in der namenlosen Buchhandlung, in dieses Buch aus Menschenhaut und irgendwie wurden wir, ja, unser Geist in einen anderen Körper projiziert und wir sind jetzt im Riverside-Institut. Was sagt Dr. Fuller? Es ist seine Patientin, nachher alles. Er ist beschäftigt mit Captain Fitzroy. Er hat uns spezifisch gefragt, ihn nicht zu beurteilen, wenn das der Fall ist. Oh, natürlich. Ich werde sehen, was ich tun kann. Herr Blake, kannst du mich hören? Ich bin Dr. Coulton. Wir werden dich umgehen. Es gibt nichts, was wir tun können. Ich habe versucht, ihn zu sprechen. Er ist katatonic. Wir sind also in der Gestalt von Marie Coulton hier unterwegs. Wir nehmen die Zeit, die wir haben und untersuchen den Patienten zuerst mal. Sehr gut. Ich werde ihn examinen. Seine Haut zeigt eine abnormale Lade der Farbe und sieht ausgeliefert. Er ist total enthydratiert. His Fingertips und toes seem to feature its slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. 30-Year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palupral tissue. Lord, this smell. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Das Wichtigste zuerst. Dass irgendetwas in ihm ist. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry. That the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. I'm not sure if I can't believe it. I'm not sure if I can't believe it. I'm not sure if I can't believe it. There's a bone in this arm. It's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. Also zieht wahrscheinlich irgendetwas halt auch die Substanz und seine Kraft von innen heraus aus. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but... When we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Es gibt nur eine einzige Schlussfolgerung. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? Wir bleiben erstmal sachlich und sprechen die Symptome an. These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know you're a thirst for knowledge, doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients, and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder, and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep mom. And we're going to be able to do anything. And we're going to be able to do anything. And we're going to be able to do anything. And we're going to be able to do anything. And we're going to be able to do anything. Aber kommen die schon mit einer gewissen Eignung hierher? And we're going to be able to do anything. his perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Na, krieg ich auch nochmal. Hallo? Gut, das muss ich mir nochmal kurz angucken. Okay. Er hatte da einen kleinen Hänger. Einmal resettet, dann ging das auch. Ich hoffe, dass er diesmal nicht festhängt. So, können wir jetzt uns das angucken. Verstehe ihn mit 2% Glucos-Solution, mit Insulin, Kalsium und Sodium-Bicarbonate. Ich spreche sofort an. Danke, er ist in deinen Handen. Was macht er hier? Wenigstens ist hier nochmal so ein kleines gemütliches Kaminchenfeuer. Bisschen Heimeligkeit. Was ist denn dort passiert? Ist das nicht die Ehefrau? Oh. Ist das nicht die Ehefrau? Ja. Völlig weggetreten. Warum hat niemand mir über ihre Anmeldung erzählt? Vielleicht, wir sind hier in einem Rückblick. Aber dann ist das wahrscheinlich zur selben Zeit. Vielleicht müsste man sie auch nochmal anfassen, um zu fühlen, ob sie trotzdem diese gleichen verändernden Körperformen hat. Also irgendwie diese flappige Hand, um so das Gefühl, dass da keine Knochen mehr drin sind. Alles ist mir sehr suspekt. Citrat und Magnesium. Also Magnesium, Citrat. Das ist ja nicht das schlechteste. Bisschen Vitamine und Mineralstoffe. Um die Leute wieder auf die Beine zu bringen. Okay, gibt's auch keine Krankenakte? Ah doch hier. Das war dann garantiert dieser grüne Dampf. Vielleicht liegen ja auch wir hier irgendwo. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Dr. Colden, hier you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, aber die Dyskusia persiste und er hat ein großes Gewicht verloren verloren. Wir haben ihn nicht mehr können. Der Stress macht ihn hyperallergen. Herr, ich werde dich examinieren. Entstehen Sie das? Injektet ihn mit einer Dose Pentobarbital, intramuskulär, so dass ich die klinische Examination durchführen kann. Genau, ich weiß auch genau, wovon ich rede. Er hat seine Lippe so viel geblieben, sie sind noch bledet. White Froth, evidentlich wegen der Suche. Ich kann hier noch etwas machen. Ich kann, ah ja, hier die Hände. So, Doktor, was sollen wir mit diesem Patienten tun? Probieren wir mal, den Gegenweg ein bisschen das umzustützen, was Doktor Fuller hier versucht anzustellen. Das sind Zustände hier. Fürchterlich. Aber man hat wohl aufgegeben. Eine Rezeptionsdame. Eine Rezeptionsdame. Wir haben uns mal, um auf den Zahn zu fühlen, auch wenn das hier vielleicht nicht der richtige Ort ist. Du bist nicht hier für treatment, right? Am ich so obvious? Ohne zu mir. Ohne zu mir. Ja, dieser Bradley ist schon ein seltsamer Charakter. Also er war bisher wirklich sehr, sehr verlässlich und ist auch immer da gewesen, wenn man ihn gebraucht hat. Und hat auch zu uns gestanden, wo ich gedacht habe, dass er uns endgültig hintergangen hat. Ah ja, aber ich weiß nicht. Ich bin irgendwie immer noch skeptisch. Wo war meine Fiance? Ich hoffe, dass diese Nutcases nicht verhindern sie mit Arbeit verhindern. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Please, the fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. I saw him, yes. It's always the same thing. They bring them up, without any explanation, with a multitude of self-inflicted injuries. We take care of the wounds, and then they leave. Each time I feel like I'm sending them back to hell. Their Affliction is not our responsibility. You cannot save everybody, Doctor. Alles schon wieder sehr merkwürdig. This man, Edward Pierce. His file is incomplete. What did Fuller do to him? Ah ja, unsere Akte. Nicht, äh, keine Vermerkung zu den Behandlungsdetails. Und der üblichen Praxis wurde nicht gefolgt. Ich frage mich immer noch, in welcher Zeitlinie wir uns befinden. Also wie gesagt, weil jetzt die Frau von Sanders hier liegt, bin ich ja der Meinung, dass es nach den Geschehnissen ist. Also nachdem wir aufgebrochen sind. Was auch dazu passt, dass der Schlüssel nicht da ist. Dr. Fuller hält immer seine Schlüssel mit ihm. Alles sehr seltsam. Und wir werden mal schauen, dass wir weiter in diese Geheimnisse hineintauchen und versuchen, ihnen auf den Grund zu gehen. Beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Roksha.